Peter Knoll, 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern im Alter von 21 und 23 Jahren. Seit 1992 ist er selbstständig als Steuerberater. Daher möchte er seinen Schwerpunkt auf die Finanzen und die optimale Nutzung für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt legen. Als Vorstandsmitglied des TSV Bietigheim ist er seit 2002 tätig, wobei er seine Erfahrungen aus Beruf und Arbeit mit seinem Hobby, dem Sport, verbinden kann. Peter Knoll, 52, Steuerberater. Wir alle sind Bietigheim-Bissingen.